Alkan-Universe Alkan-Universe Alkan-Univers Wir sind hinter uns. Ich helfe dem Wach. Wach auf. Wiederbelebung los. Ich heiße erste Hilfe. Ich habe nur noch einen, also häng dich rein. Du hast keine Gnade. Bleib an ihm da. Mal kann ich dich nicht wiederbeleben. Schalte dich raus. Halt und schnell. Du kannst dich nicht entkommen. Oh mein Gott. Oh. So. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität laufen lassen. Er blöft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutze. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gothen für immer verändern. Es wird zu einem alttraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol des Badmaps zu machen. Ein Moment der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gothen zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Operation in mein Reich verwandt. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer spüren. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ich muss das Auto erst hierher bringen. Er kümmert sich um die Besetzung. Macht einfach weiter. Mehr Chemikalien geladen. Wir gucken kurz mal um. Nicht, dass irgendwas passiert. Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen. Gothen wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. Sieht denn jemand? Das spielt keine Rolle. Wenn wir dich im Ekalien verladen haben, kann er nichts mehr machen. Notfall. Explosionsradius bei 31 Meilen und ansteigend. Ich muss zuerst Scarecrow's Leute aufhalten. Dann ist er dran. Du kommst zu spät, Batman. Der Laden wird in die Luft fliegen. Genau, mach die Flatter, solange du noch kannst, Batman. Ihr habt alle eine Aufgabe. Erledigt sie und betet, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand habt. Die Bürger Gothams können weglaufen. Aber sie werden ihrem Schicksal nicht entkommen. Also Schussrafen genau scheiße. Das wirst du wohl kaum enträtseln können. Ach, okay. Leute, das ist ruhig. Heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem alttraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Ein Monument der Anstrengung. Hier ist da drüben, kommt schon! Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in Mainreich verwandelt. Ich muss die Verladung mit Medikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, versuchen wir, die Explosion zu verhindern. Die ist weg! Der Fenster ist auch rein! Er ist da drüben, kommt doch! Er ist da drüben, kommt doch! Er ist gut! Er ist gut! Notfall! Exkursionsradius bei 23 Meilen und ansteigen! Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen? Doch man wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat! Wachgeschütz ist inaktiv! Notfall! Exkursionsradius bei 31 Meilen und ansteigend! So, wir haben da unten eine Kiste. Ob ich gerade gesehen, die ist... Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Balmain. Auf unser Wiedersehen. Habe ich mich schon gefreut? Dachte ich mir. Deswegen muss ich jetzt aber erstmal die Geschütze hier ausschalten. Sonst... Ich kann mein Auto nicht reinholen. Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Ist da hier nicht drin? Hm. Das ist doch noch das andere Tor. Na. Curs. Scarecrow. Du bist ja noch ängstlicher, als ich erwartet hatte. Du weißt, wo du mich findest, Batman. Ich will warten. Okay. Das wird's gern nicht drin. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Nein. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Schon wieder der Uhrenturm. Nix, 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 nix. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Uhrent. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Hä? Ach, jetzt macht es. Ich glaube, wir sind tot. Wusstest du es etwa nicht? Angst kann man nicht bekämpfen. Mann! Mann! Oh, das soll ich jetzt noch mal. Ich meine, die müssen in diese Dinge gehen. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Die Behälter in die anderen Behälter. Das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Uhrent. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Okay, der Raios das sagt an, wie viel ich mich bewege. Alles klar. Oh, 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 ich muss auf die Symbole achten. Es geht ganz gut. Und da wieder rein. Ganz vorsichtig. Ich muss vorsichtiger sein. Oh, 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 oh. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Wo ist sie, Uhrent? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Das ist eine Fremelarbeit hier. So alles ganz langsam zu machen, das ist total unüblich. Okay. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% reduziert. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich fliehe Sie an. Gehen Sie. Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Blues, ich fliehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen... Oh, hier war knapp. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Lebe wohl, Alfred. 75% okay. Neutralitätsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 1000% erhöht. Was? Hast du gerade gesagt, Explosionsradius um 1000% erhöht? Hast du mich vermisst? What?